Ich habe mein Auto in der Nähe von Aachen in die Waschstraße gebracht. Es war ein Gutschein, um den Menschen ein wenig jetzt zu helfen. Und ich hatte dann fast eine Stunde Zeit und habe dann in einem kleinen Café, besser gesagt eine kleine Bäckerei-Filiale vorne in einem großen Supermarkt. Dort habe ich einen Kaffee getrunken. Und um den Kaffee trinken zu können, musste ich 5 Euro Pfand abgeben. Ich habe gedacht, wofür ist das denn? Für die Tasse? Oder nein, das Pfand war, damit ich den Zettel korrekt ausfülle, von wann bis wann ich dort gewesen bin. Das würde übrigens beim Weggehen, wurde das genauestens kontrolliert. Und ich habe dann auch mein Pfand zurückbekommen. Der Zettel wurde dann fein säuberlich in einem Ordner von der Bäckerei-Verkäuferin abgeheftet. Und ich saß dort fast eine Stunde und konnte sehen, was sich verändert hat und wie die Menschen miteinander umgehen. Die Menschen sind zu Zombies geworden. Es gibt keinerlei Kommunikation. Die Bäckerei-Verkäuferinnen verstanden nicht, was die Leute sagten. Weil unter der Maske, und wenn ich dann halt auch noch ältere Menschen habe, die womöglich auch ein bisschen nuscheln, dann verstehe ich kaum etwas. Und die älteren Menschen verstanden die Bäckerei-Verkäuferinnen wiederum nicht, weil sie halt nicht verstanden, was sie gesagt haben, auch durch die Maske. Eine Dame wollte ein Croissant und keiner verstand, was sie wollte. Sie hat es fünfmal wiederholt, bis die Bäckerei-Verkäuferin meinte, ah ja, sie möchten ein Croissant. Es ist irre, was hier geschieht. Und gleichzeitig, statt miteinander zu kommunizieren, kontrollieren die Menschen sich gegenseitig. Ich habe das in dem Supermarkt beobachtet. Es kam eine ältere Dame rein, sie hatte kein Läppchen an. Sie war mit ihrem Rollator, sie konnte kaum gehen, ich schätze mal, sie war über 90, sie war schon sehr alt, aber sie ging noch selbstständig einkaufen mit ihrem Rollator. Und sie hatte kein Läppchen an. Der Erste, der das sah, war ein Mann, so um die 40. Der stand mit seinem Läppchen an der Kasse und schrie diese ältere Dame an. Sie tragen kein Läppchen, bitte tragen Sie sofort das Läppchen, ziehen Sie das sofort an. Eine andere Dame sieht das und mischt sich ein. Ja, Sie müssen ein Läppchen anziehen, ziehen Sie Ihr Läppchen an. Wo haben Sie Ihr Läppchen? Noch jemand schaltet sich ein. Ohne Läppchen können Sie nicht einkaufen. Ist das typisch Deutsch? Ist das typisch Mensch? Ist das typisch Zombie? Nicht mehr Mensch sein? Die ältere Dame mit ihrem Rollator fing an zu zittern. Sie hat sich geschämt und sie hatte wahrscheinlich auch Angst. Sie hat gezittert, sie hat in ihrer Tasche gekramt und holte dann ein Läppchen raus. Und das hat sie dann umständlich hinter den Ohren festgemacht. So weit sind wir gekommen. Keinerlei Kommunikation, sondern nur noch gegenseitige Kontrolle. Wenn man Zeitungen liest, verschiedene Zeitungen, Zeitschriften in den Medien aus der ganzen Welt, dann liest man, dass es inzwischen irrsinnige Strafen darauf gibt, auf die Menschen oder die Strafen werden verhängt an den Menschen, die sich nicht an die Regeln halten. Jetzt gerade in Großbritannien, vier Studenten, jeder musste oder muss jetzt 10.000 Pfund Strafe zahlen. Wegen einer illegalen Hausparty mit 30 anderen jungen Studenten und sie sind natürlich direkt von der Uni geflogen. Das ist ein Vorbild, ein Beispiel, ein Beispiel, welches abschreckt natürlich. Und andere sagen, um Gottes Willen mache ich auf gar keinen Fall, dann bekomme ich auch so eine hohe Strafe. Es werden hohe Strafen verhängt auf das Nichttragen von Läppchen, auf das Illegal sich treffen. In den Niederlanden darf man sich nur maximal drei Personen, die nicht zum Haushalt gehören dürfen, am Tag das Haus betreten. Es ist irre. Und wir finden es alles gut. Wir finden es alles normal. Und wir halten uns daran. Das Interessante daran ist, dass je länger das dauert, desto mehr Menschen gewöhnen sich daran. Ich hatte das ja schon vor Monaten gesagt, weil einige sagten, ach, bald ist das wieder vorbei. Ich habe gesagt, es wird nicht wieder vorbei sein. Es wird zum Alltag gehören. Das Läppchen, der Abstand, die Kontrollen, das wird alles zum Alltag gehören. Und wir werden es akzeptieren. Es ist sehr interessant, dieses weltweite Experiment, welches hier mithilfe von Politik und Medien mit den Menschen weltweit gerade veranstaltet wird. Egal, wer dahinter steckt. Da will ich überhaupt jetzt nicht darüber reden. Und auch egal. Nein, es ist eigentlich nicht egal, wie gefährlich die Geschichte ist. Fast alle Menschen, die aufgeklärt sind, wissen inzwischen, ich kann mir ja überall die Statistiken anschauen. Ich kann mir die Zahlen anschauen. Ich kann mir auch die Zahlen der verschiedenen Institute, der Gesundheitsinstitute, die kann ich mir anschauen. Und wenn ich mir diese anschaue und lese, dann weiß ich, dass es zumindest von der Gefährlichkeit her vergleichbar ist mit einer milden Grippe. Womöglich sogar noch weniger gefährlich. Denn ich habe mir die Grippezahlen angeguckt. Ja, die sind in den vergangenen Jahren sehr heftig gewesen. Vor 100 Jahren sind noch wirklich viele Menschen und auch viele jüngere Menschen mit einem schwächeren Immunsystem an der Grippe gestorben. Es ist heute etwas weniger geworden, weil wir bessere Nahrung haben, ein besseres, ein stärkeres Immunsystem und uns besser wehren können. Aber was steckt dahinter, dass wir bereit sind, Läppchen zu tragen, dass wir bereit sind, sogar unsere Mitbürger zu maßregeln, zu kontrollieren? Dahinter steckt das, was ich immer wieder erwähne, und es ist eine unglaublich starke Waffe. Es ist die Angst. Und wir haben immer schneller, immer mehr und immer leichter Angst. Auch unsere Kinder werden übrigens mit sehr viel Angst erzogen. Angst, alleine rauszugehen, Angst, im Dunkeln zu sein, Angst, sich weit weg vom Haus zu begeben. Angst, das ist das Zauberwort. Und das Interessante an dieser Angst ist, wenn ich nicht weiß, woher sie kommt, ist sie noch größer. Wenn es etwas ist, was ich nicht sehen, nicht riechen und nicht fühlen kann. Und dann kann ich mit dieser Angst eine wunderbare Psychologie betreiben. Übrigens, das ist auch ein interessantes psychologisches Phänomen. Es gibt sehr viele Menschen, die suhlen sich gerade gerne in ihrer Angst. Diese gemeinsame Angst gibt auch ein gemeinsames Thema her. Man kann sagen, ich bin nicht alleine. Wir alle müssen dadurch. Gemeinsam müssen wir dadurch. Und diejenigen, die mit dem Verstand argumentieren und sagen, geht in die Liebe, ihr braucht keine Angst haben. Diejenigen werden natürlich nicht gehört. Das will man nicht hören. Angst ist auch relativ bequem. Denn man braucht nicht handeln. Man braucht auch nicht nachdenken. Man braucht nichts zu tun. Denn die Hilfe kommt von außen. Die kommt von woanders her. Die werden das schon richten. Die werden uns schon mit genügend Läppchen versorgen. Die werden schon dafür sorgen, dass wir Abstand halten. Und wehe, einer hält sich nicht daran. Die werden uns schon schützen. Sie werden uns schützen. Ich zahle ja auch dafür. Ich zahle ja Krankenkassengebühren. Ich zahle ja viele Steuern. Deswegen, sie werden uns schon schützen. Und es ist schon richtig, die Leute zu bestrafen, die sich nicht daran halten. Denn sie gefährden uns ja. Da kann man mit dem Verstand kommen, so viel man will. Das hilft nichts. Es ist bequem. Angst ist auch wesentlich bequemer, als sich mit der eigenen Seele und auch mit dem eigenen Verstand auseinanderzusetzen. Angst essen Seele auf. Der Titel ist genial. Denn es ist genau so. Und ich sehe mehr und mehr seelenlose Zombies um mich herum. Menschen, die nicht mehr kommunizieren. Wie will man auch kommunizieren mit einem Menschen, dessen Mimik man nicht sieht. Wo man nur ängstliche, inhaltslose, leere Augen sieht. Und mein Appell kennen Sie. Das ist das Wichtigste. Raus aus der Angst. Auch wenn es schwierig ist. Und wenn es dazu führen muss, führen muss, dass Sie etwas tun müssen. Wie gesagt, Angst ist auch irgendwo bequem. Man kann sich dann eher auf die anderen verlassen. Und muss sich nicht mit sich selbst auseinandersetzen. Denn das ist meist die größte Herausforderung, die wir haben. Vielen Dank. Wir sehen.